Wie ist Ihr Name? Ja, hallo. Ich bin leider ziemlich erkältet. Ich hoffe, man kann mich trotzdem hören und verstehen. Ich gebe jedenfalls mein Bestes. Ja, ich will heute kurz was zur Idee und der Vision des Memex erzählen und darüber, wie wir das umgesetzt haben in ein Gerät, ein Exponat für das Deutsche Technikmuseum. Wir, das ist mein Kollege Felix Scharstein. Mein Name ist Jörg Rädler. Und vielleicht vorab irgendwie noch drei Worte zu mir, kurz, damit man das ein bisschen einschätzen kann, was ich hier so sage. Ich bin also kein Informatiker und kein Computerhistoriker und verglichen mit anderen meiner Generation startet meine persönliche Computergeschichte sogar relativ spät. Das ist mit den 90er Jahren mit klassischen PCs mit DOS und Windows. Ich habe relativ schnell Linux entdeckt. Das erste habe ich mir damals von 40 Disketten installiert und war gleich relativ angetan von dem System. Man hört? Jetzt? Okay. Gut. Ja, ich... Zurzeit arbeite ich an der Universität der Künste Berlin im Studiengang Architektur. Und weil das eine sehr kleine Uni ist, mache ich neben Administration auch Lehre, Forschung, ein bisschen Softwareentwicklung. Und so mein zweites Standbein ist die Entwicklung von Systemen aus Software und Mikrocontrollern, eigenen Elektronikschaltungen und so für Kunstprojekte, für technische Exponate oder auch mal Mess- oder Steuerstände für Forschungsprojekte. Und darüber hatte ich auch schon mal zwei kleinere Exponate für das Technikmuseum gebaut. Und dann kam irgendwann die Anfrage, dass es eine neue Ausstellung geben wird. Die heißt Das Netz. Die ist jetzt schon seit ein paar Wochen eröffnet. Ob ich da nicht auch ein paar Exponate mit beitragen kann. Und ja, dass die Ausstellung besteht aus, ich glaube, so reichlich 500 Exponaten. Da gibt es ein paar interaktive oder im Museumsjargon auch Hands-on-Exponate genannt. Und drei davon durfte ich halt mitbauen. Das ist einmal ein Exponat zur Demonstration von Glasfasertechnik. Das besteht aus einer Sendereinheit und einer Empfängereinheit. Die über einen Lichtleiter verbunden sind. Und man kann halt hier über die beiden Knöpfe, kann man Bits senden. Man sieht dann auch die Lichtimpulse. Und der Empfänger zeigt dann halt kurzzeitig an, was man gesendet hat, was er davon verstanden hat. Und auch die Geschwindigkeit. Und für die Besucher, die jetzt nicht alle ASCII-Codes im Kopf haben, gibt es auch nochmal eine kleine Walze, auf der man nachschauen kann, was man denn sinnvoll senden kann. Das zweite Exponat, an dem ich beteiligt war für diese neue Ausstellung, ist zur Demonstration von Paketvermittlung in Datennetzen. Das ist halt ein Netz aufgebaut aus Knoten und Verbindungen und vier Terminals. Und zwischen diesen Terminals kann man sich halt Nachrichten hin und her schicken. Und die werden in Pakete aufgeteilt, dann irgendwie durch das Netz geschickt. Dabei wird halt die Auslastung auch berücksichtigt. Und unter anderem auch kann man Störungen indizieren und sehen, was da passiert. Und das Schöne an dem Exponat ist, dass die Anzeige des Datenflusses eben nicht über LEDs oder so erfolgt, sondern mechanisch mit sogenannten mechanischen bistabilen Anzeige-Elementen, sogenannten Flip-Dots. Das macht also richtig Spaß, wenn da Daten fließen, dann bewegt sich richtig was und man hört auch richtig was. Ja, und das dritte Exponat, um das es eigentlich gehen soll, das ist halt der Memex. Ich muss sagen, dass ich damals, als ich davon das erste Mal gehört habe, dass mir der Begriff noch komplett unbekannt war. Ich musste mich auch erst mal einlesen, damit beschäftigen, was soll denn dieser ominöse Memex eigentlich sein. Dieser Begriff geht eigentlich zurück auf einen Artikel unter dem Titel As we may think oder wie wir denken werden, wie wir zukünftig denken werden. Der ist 1945 erschienen in zwei Magazinen. Der Autor ist ein amerikanischer Wissenschaftler, Veniva Bush. Und in diesem Artikel betont er ganz klar die Bedeutung der Informationsverarbeitung, auch die zukünftige Bedeutung und benennt aber auch klar die Defizite der damaligen Möglichkeiten und entwickelt eine technologische Zukunftsvision. Und die ist teilweise erstaunlich präzise. Also wenn man sich zum Beispiel da oben die frühe Action-Cam anguckt, dann ist das irgendwie was, was einem heute sehr bekannt vorkommt. Und er hat noch einige weitere Aspekte, die irgendwie erstaunlich genau von ihm damals, vor 70 Jahren formuliert wurden. Also er hat interessante Ideen zur Mensch-Maschine-Schnittstelle und er hat halt auch sozusagen als Erster mit die Idee von Textverlinkung, von Hypertext-Systemen formuliert. Und dafür ist er auch relativ bekannt. Er hat halt eine grundlegende Fehleinschätzung begangen und das ist, dass seine ganze Vision auf analoger Technik basiert. Das heißt auf Mikrofilmen, auf Photochemie und Ähnlichem. Er hat halt nicht erkannt, vielleicht konnte er es damals auch nicht erkennen, die Bedeutung der Digitaltechnik oder die Dominanz der Digitaltechnik in der Entwicklung. Ja, was steht da in diesem Artikel genau drin? Er erklärt halt erstmal, dass der Umfang von Wissen, den es gibt, dass der ganz enorm wächst, explosiv wächst, durch die Spezialisierung getrieben und durch den technischen Fortschritt. Und damals zu seiner Zeit wurde halt Wissen in Buchform weitergegeben, auch mal auf Mikrofilm oder so, aber es gab einfach keine Möglichkeiten, das sinnvoll auszutauschen und auch zu verknüpfen. Und der Herr Busch, hier übrigens zu sehen, analysiert dann halt die bestehenden Technologien in seinem Artikel, allem voran die Photochemie, Optik, Elektrotechnik und guckt sich auch an, was es so an aktuellen Entwicklungen gibt und wie die weitergehen könnten. Ganz wichtig für seine Idee ist die Trockenfotografie, also sozusagen der Polaroid-Technik ohne langen Entwicklungsschritt, ohne aufwändigen Entwicklungsschritt. Und diese Ideen, die kombiniert er dann zu einer Vision eines Gerätes, wie er sich das vorstellt, den sogenannten Memex, kurz vorm Memory Extender. Und das soll seiner Meinung nach eben ein persönliches Gerät zum Wissensmanagement sein. Ganz wichtig, eben wirklich ein persönliches und auch personalisierbares Gerät. Also viele andere Zukunftsvisionen, technische Zukunftsvisionen, haben wir immer die große Maschine, den großen Computer, der irgendwie die ganze Gesellschaft steuert oder so vorhergesehen und er hat halt ganz klar gesagt, nee, es ist ein persönliches Gerät. In diesen Artikeln gab es dann eine Skizze, die das alles, seine Idee, dieses Memex ganz gut illustriert. Und die meisten Leute, die schon mal irgendwie von Memex gehört haben, die kennen eben auch diese Illustration. Was man hier sieht, ist eben eine Art Schreibtisch und man hat oben zur Ausgabe zwei Monitore. Man hat eine Eingabeeinheit mit Tasten und Hebeln und ähnlichen. Und es gibt hier auch eine Kamera zur Aufnahme von handschriftlichen Notizen oder auch Dokumenten, die man abfotografieren will. Und dann gibt es hier diese irgendwie geartete Speichereinheit, von der er eigentlich nur sagt, dass sie auf Mikrofilm basiert. Und das wird so ein bisschen diffus, wenn er das Ganze beschreibt. Und die Idee ist, dass die Dokumente, die man gespeichert hat, dass die adressierbar sind. Dass ich über die Tastatur einen Namen, einen Code eingebe für ein Dokument und das dann von dieser Speichereinheit gesucht wird und dargestellt wird auf einem der Monitore. Dafür muss man natürlich in irgendeiner Art eine Datenspur auch noch haben auf den Mikrofilmen. Wie gesagt, da wird es etwas diffus. Er beschreibt es dann nicht im Einzelnen. Er geht einfach davon aus, dass wenn die Technologie sich so weiterentwickelt, dass es dann irgendwann dazu kommen kann. Und ja, das Ganze basiert natürlich eben auf irgendwie Trockenfotografie, wie er es nennt, also irgendwelchen zwar schon fotochemischen Prozessen, die aber eben so schnell ablaufen, dass man eben nicht den aufwändigen Entwicklungsschritt hat. Aber der eigentliche Knackpunkt von seiner Idee oder von vielen wird es so gesehen, dass das eigentlich das Wichtigste ist, das ist die Verknüpfung zwischen Dokumenten. Er beschreibt sogenannte Trails. Das sind neue Pfade quasi durch die Dokumentensammlung hindurch. Wenn man sich überlegt, so ein Dokument ist einfach eine lineare Abfolge von Seiten und die Dokumente liegen alle parallel nebeneinander, dann kann man sich das so vorstellen, dass die Trails halt irgendwie Strukturen sind, die einzelne Seiten davon rauspicken und in eine neue Struktur packen. Und das ist auch wieder wichtig. Er sagt halt, das soll nicht irgendwie das Wissen oder Allgemeinwissen widerspiegeln, sondern auf diesem MemeX kann jeder sich seine eigenen Assoziationen, seine eigenen Gedanken auf die Art zusammenfassen. Also wirklich ein persönliches Gerät, was sozusagen eng mit meinem Denken verbunden ist. Und so ein Trail entsteht natürlich erstmal in seiner Kurzform, indem ich einfach zwei Seiten aus zwei Dokumenten miteinander verbinde. Also die Idee ist, dass ich auf einem Monitor mein Dokument anzeige, dann irgendeine Idee dazu habe und sage, da war doch irgendwie was. Und ich kann dann auf den anderen Monitor zum Beispiel umswitchen, suche mir dann ein anderes Dokument raus und dann verbinde ich diese beiden Sachen, die ich dargestellt habe, zu einer neuen Struktur. Und dann kann ich auch weitere Sachen hinzufügen. Und dieser Trail ist dann eben sozusagen eine ganz neue Sicht, ein ganz neuer Filter auf meine Dokumentenstruktur, die ich habe. Der Herr Busch hat noch einige weitere Ideen formuliert zum MemeX. Eine zum Beispiel, dass man eben diese Trace, die man angelegt hat, in einem Codebuch speichert, was man ab und zu mal dann auch abfotografieren kann und in die Sammlung mit aufnehmen kann, als so eine Art Index. Die Stirnkamera hatte ich ja vorhin schon beschrieben. Und hier sieht man aber auch, dass er zum Beispiel gesagt hat, vielleicht wird es irgendwann möglich sein. Dass man direkt auf dem Monitor ins Dokument reinschreibt. Was ja eigentlich auch, was ist, was eigentlich eine Entwicklung der letzten Jahre ist. Und wenn man dann noch weiß, dass er auch von Sprachsteuerung gesprochen hat und wenn man sich diese drei Punkte mal anguckt, also die Action Cam, direkt ins Dokument schreiben, Sprachsteuerung, dann ist es schon fast gespenstisch, dass er diese Ideen vor 70 Jahren hatte. Und das sind halt Sachen, die heute unser Leben prägen. Und wenn man dann auch überlegt, dass er das Ganze mit einer komplett falschen Grundannahme gemacht hat, dass das nämlich auf einer ganz anderen Technologiebasis basiert, dann ist man schon fast froh, wenn man auch Ideen von ihm findet, die nicht ganz so präzise sind. Also es ist zum Beispiel so, dass zum Thema Datenaustausch seine Idee war, naja, man könnte ja dann seine Trailsammlung ausbelichten und weitergeben an andere Leute. Und da muss man sagen, also der Postweg war jetzt auch vor 70 Jahren nichts wahnsinnig Revolutionäres. Also an der Stelle fehlten ihm offensichtlich die Ideen. Und das ist eigentlich ganz gut, weil sonst müsste man sich schon fragen, wie könnte er das schaffen, das alles so präzise vorherzusagen. So, bevor ich jetzt darauf eingehe, wie wir versucht haben, aus diesen Ideen ein Gerät zu machen, wirklich eine Maschine zu bauen, vielleicht noch kurz was zur historischen Einordnung, zur Motivation. Also, dieser Artikel ist ja erschienen 1945 und das gesamte gesellschaftliche Leben war halt geprägt durch den Zweiten Weltkrieg, auch in den USA. Und selbst in seinem allerersten Satz in dem Artikel bezieht sich Bush schon auf den Zweiten Weltkrieg. Und in diesem Krieg haben auch gerade die USA gemerkt, dass halt die Informationssammlung, die Auswertung und so weiter, dass das wahnsinnig wichtig ist und immer wichtiger wird. Und dass sie da durchaus auch noch Defizite haben. Sie hatten zwar schon auch eigenes Wissen, also das ist hier zum Beispiel mal ein Bild von einer amerikanischen Dechiffriermaschine. Aber insgesamt waren sie halt sehr, sehr stark auf die, hauptsächlich auf die Briten angewiesen und haben halt irgendwie gemerkt, dass sie da ohne Hilfe nicht so, in dem Krieg nicht ganz so erfolgreich gewesen wären. Und wenn die USA etwas nicht mag, dann ist es natürlich von etwas abhängig sein, was sie nicht kontrollieren können. Und es gab halt den ganz, ganz starken Wunsch damals, an der Stelle federführend zu werden. Also Informationen sammeln, auswerten, auch geheimdienstlich und so. Und wie wir wissen, haben sie das relativ gut geschafft. Und in dieser Stimmung, in dieser Phase war halt auch der Herr Busch nicht irgendjemand, irgendein Wissenschaftler mit Visionen, sondern er war auch wissenschaftlicher Berater des Präsidenten. Er war der Direktor des OSRD, also der Einrichtung, die die gesamte militärische Forschung der USA koordiniert hat. Und neben irgendwelchen eigenen Beiträgen zur Militärtechnik, war er damit eben auch quasi der Hauptverantwortliche für alle Projekte, auch für das Manhattan-Projekt, also den Bau der Atombombe und ähnliches. Und er wurde auch entsprechend dafür dann ausgezeichnet. Man kann schon davon ausgehen, dass seine Hauptmotivation vielleicht nicht darin bestand, so das Wissen der Welt allen zugänglich zu machen, so wie es irgendwie heute Wikipedia möchte, sondern dass da ganz knallharte andere Interessen bei ihm dahinter standen. Aber das schmälert natürlich nicht die Qualität seiner Ideen, die er da formuliert hat. Ja, jetzt ist die Frage mit diesen Beschreibungen, wie konnten wir da rangehen, sowas irgendwie in eine Maschine umzusetzen. Und das Problem ist, dass die Texte und die Illustrationen einfach nicht genau genug sind, um jetzt wirklich zu sagen, ah, das ist eine Anleitung, so können wir das bauen. Wenn man es sehr versucht, genau zu lesen, dann stößt man auf viele Lücken und eben auch manche Widersprüche. Und die Frage ist natürlich dann, die man sich stellt, was haben vielleicht schon andere gemacht? Wie haben andere sich der Idee genähert? Und das ist hier mal ein Beispiel. Es gab mal eine Animation vor 20 Jahren zum Thema Memex. Die war jetzt nicht so ausführlich, aber schon ganz interessant. Und man sieht, dass das relativ frei interpretiert wurde, verglichen mit dem, was die andere Skizze so sagt. Also zum Beispiel hat jeder Bildschirm hier einen eigenen Transporthebel und die Adresszeile ist jetzt nicht mehr monitorspezifisch und dafür besteht sie aus sieben Zeichen und nicht aus sechs, wie in der Skizze. Und auch sonst gibt es ein paar Abweichungen. Und auch das ist eigentlich nicht ausreichend, um zu sagen, aha, so könnte Memex aussehen. Es gibt noch eine andere Quelle, die wir uns angeschaut haben. Das ist der sogenannte Memex Number One. Das ist ein Gerät, was ein amerikanischer Ingenieur gebaut hat. Und der hat sich sehr, sehr genau an die Skizzen gehalten. Also wenn man sieht, hier das Raster, fünf mal sieben Knöpfe und wie die Anordnung ist von allem und so, dann hat er versucht, ganz genau diese Illustration wiederzugeben und hat dann versucht, natürlich auch die Benutzerführung und alles da reinzuquetschen. Auch das war jetzt für uns nicht so hilfreich, dass wir sagen können, ah, das ist die Vorlage, die wir bauen können. Wir haben halt einfach gemerkt, es gibt nicht den Memex, wo man sich irgendwo eine Anleitung raussucht, sondern eigentlich kann passend zu dieser Idee jeder so seine eigenen Sachen formulieren und wir müssen halt rausfinden, was in unsere Rahmenbedingungen reinpasst. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was sind eigentlich die Kernpunkte von den Ideen, die wir wirklich zeigen wollen. Er hat ja sehr viel beschrieben. Was müssen wir machen, um das Ganze in diese Ausstellung einzupassen und vor allem auf Museumsbesucher, die eben jetzt nicht sich einen halben Tag hinsetzen und irgendwie erstmal Anleitungen lesen wollen. Wir hatten natürlich einen klaren Zeit- und Kostenrahmen und hatten natürlich auch einen Raum und einen Gestaltungskontext. Zuerst dachten wir, dass wir eben auch so eine Art Schreibtisch bauen und nachher ist es dann doch eher so ein Einbau in so eine Stellwand geworden und das Ganze musste natürlich auch wirklich zu den, also von der Gestaltung her zum Rest passen in der Ausstellung. Ja, wir haben gesagt, für uns ist dieses Verknüpfen, dieser Verknüpfungsaspekt ist eigentlich die wesentliche Eigenschaft, die wir zeigen wollen, die wir wirklich, das ist der wesentliche Punkt, der herausgestellt werden soll. Wir wollen auch die Illustrationen wiedererkennbar machen, sodass irgendwie jemand, der schon mal die Illustration gesehen hat, möglichst zum Exponat kommt und sagt, ah, da ist ja ein Memex. Das Ganze sehr simpel halten. Wenn man sich damit beschäftigt, fallen einem natürlich tausend Sachen ein, die verbesserungswürdig sind, zum Beispiel eine Zoom-Funktion an den Bildschirmen, damit man auch kleine Skizzen oder Fußnoten besser lesen kann oder so, aber wir wollen es ganz simpel halten mit wenig Bedienelementen, damit es eben auch sozusagen für einen Museumsbesucher leicht erfahrbar ist. Und was auch ganz klar ist, wir machen das Ganze mit aktueller Digitaltechnik, also wir fangen nicht an, da wirklich mit Mikrofilmen und Projektoren zu arbeiten, das hätte den Rahmen komplett gesprengt. Die Frage ist noch, wie kann man das Ganze so gestalten, dass es möglichst authentisch aussieht? Und nun ist es klar, man möchte da jetzt vielleicht nicht eine Plastik-PC-Tastatur hinpacken, das würde einfach nicht so richtig dazu passen. Auch die Kamera in dem Tisch sollte jetzt vielleicht kein moderner Scanner sein, der dann so macht. Das zerstört einfach den Eindruck. Aber keiner weiß, wie man das jetzt wirklich gestalten müsste, damit das authentisch wirkt. Denn er hat ja eine Zukunft beschrieben, die nicht eingetreten ist. Die Realität ist ja einfach mal woanders abgebogen. Und keiner weiß, wie in dieser Zukunft von Herrn Busch eigentlich das ausgesehen hätte, die Technik. Und wir haben es deswegen versucht, so ein bisschen dezent und klassisch aussehen zu lassen. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass wir die gesamte Arbeitsweise und das User-Interface, dass wir das erstmal in einer Software-Simulation rausfinden müssen. Denn wenn wir da anfangen, in Hardware zu testen, was brauchen wir eigentlich für Knöpfe, was machen die dann, was für Funktionen werden dann ausgelöst, bei welchem Tastendruck oder so, dann wäre das viel zu aufwendig gewesen. Und deswegen haben wir halt gesagt, als erstes wird eine Software geschrieben, die den MiMix sozusagen simuliert. Und an der machen wir dann unsere Iterationsschleifen für die ganze Bedienung. Was jetzt wirklich, was wir für Bedienelemente brauchen und was dann genau passiert und welche Funktionen da implementiert werden. Die Software sah dann so aus. Man erkennt halt diese vier Elemente wieder. Es sind halt zwei Monitore. Es gibt hier eine Kamera und es gibt halt die Tastatur. Die Software ist jetzt nicht unbedingt entwickelt worden als tolle Anwendung für den Endbenutzer, sondern wirklich nur, damit wir unser Bedienkonzept sozusagen daran testen und entwickeln können. Und das sah dann halt nachher so aus. Wir haben einen Workflow entwickelt, der einfach sehr schnell ist und einigermaßen sinnvoll, dass man ohne viele Tastendrücke und ohne viele Umschaltvorgänge auskommt. Das heißt aber auch, dass dabei beide Monitore immer benutzt werden. Also es gibt nicht den einen aktiven Monitor, auf dem alle Aktionen stattfinden und dann schalte ich um und gehe auf den anderen, sondern es werden immer beide Monitore mit einbezogen. Wir haben sie deswegen auch nicht aktiv und inaktiv genannt, sondern primär und sekundär. Zur Adresseingabe haben wir 37 Tasten. Das sind einfach die Großbuchstaben und die Ziffern und noch ein Unterstrich. Wir kommen mit vier Funktionstasten für das Ganze aus. Also einen neuen Trail anlegen, einen Trail löschen, eine Seite einfügen oder anhängen und eine Seite löschen. Wir haben noch Direktsprungtasten zum Index und zu einem Manual. Was wir auch gemerkt haben, was man im Museumskontext auf jeden Fall braucht, ist, dass man für die Kamera noch einen zweiten Bestätigungsschritt braucht, weil sonst, wenn da drei Schulklassen durchgelaufen sind, dann haben wir nachher 60 Gesichter irgendwie in der Datenbank. Glück haben, sind es nur die Gesichter. Es gibt sozusagen einfach so einen zweiten Schritt, dass nicht jedes Foto gleich aufgenommen wird, sondern dass man dann nochmal mit Insert Page das aufnehmen muss. Das muss man vielleicht für so einen Mimics, der zu Hause steht, nicht, aber im Museum ist es nötig. Ja, und was erstmal sehr verwirrend war, ist der Umgang mit diesem ganzen Feedback-Bereich. Also was passiert bei Fehlern, bei Rückfragen oder so. Denn jeder erwartet, wenn ich jetzt einen Trail eingebe und der Name existiert schon, dass dann irgendwie ein Pop-Up kommt und sagt, willst du den überschreiben? Ja, nein, abbrechen. Aber das gibt es halt mit dieser Technik nicht. Und wie geht man damit um, Bestätigungen zu machen? Gibt es irgendwie eine Fehlerleuchte? Gibt es ein allgemeines Fehlersignal oder irgendwelche spezifischen oder so? Und das war erstmal sehr ungewohnt. Wir haben dann halt einfach gesagt, es gibt ein allgemeines Fehlersignal und die Aktion wird dann einfach wiederholt, wenn ich zum Beispiel einen Trail überschreiben würde. Aber da merkt man erstmal, wie doll man sozusagen geprägt ist durch die aktuelle Computertechnik, wo halt alles irgendwie gleich ein Feedback gibt. Und das ist halt mit der Technik einfach nicht so nötig, nicht so möglich gewesen. Ja, die Datenbankstruktur, die dahinter liegt, die haben wir eben auch schon mit dem Simulator entwickelt und dann einfach beibehalten. Da ist eine MongoDB-Datenbank dahinter. Das ist eine schemafreie Dokumenten-Datenbank. Hat ein sehr gutes Python-Interface, was für mich wichtig ist, weil die gesamte Software in Python geschrieben ist. und bietet so ein file-systemartiges Interface für die Objekte, was sich ja auch als sehr praktisch erwiesen hat. Und das Ganze ist halt so, dass die Seiten liegen alle einfach als Bilddateien nebeneinander unstrukturiert. Und es gibt eine Collection, also eine Tabelle sozusagen mit Trail-Objekten, die einen Trail-Namen beinhalten und noch ein bisschen Metadaten und dann jeweils auf einen Knoten verweisen. Und die Knoten sind einfach sozusagen die Bindeglieder zwischen den Trails und den Dokumenten und den Seiten. Die ist einfach eine verlinkte Liste, die jeweils auf ein nächstes Knotenobjekt verweisen oder eben auf eine Seite. Ja, und mit dieser Struktur, also die haben wir halt so entwickelt, dass es für die meistgenutzten Operationen, die wir halt mit diesem Memex durchführen, dass es da einfach eine gute Performance gibt und die Datenbank jetzt nicht zu doll zumüllt und ja, die Hardware ist ganz interessant. Wir haben halt relativ früh gesagt, wir wollen nicht eine Hardware haben, einen Rechner, der irgendwie das gesamte Exponat ausmacht, sondern wir bauen das als ein Netzwerk aus Einzelkomponenten auf. Das hat sich ja sehr sinnvoll erwiesen. Diese Einzelkomponenten sind hauptsächlich Raspberry-Kleinrechner. Zwei davon steuern jeweils einen Monitor. Einer mit einer Kamera, halt die Kamera und dann gibt es noch einen Tastaturcontroller, der halt aus einem Raspberry und einem Arduino besteht. Und die sind halt ganz normal über Ethernet verbunden. Es gibt noch einen Datenbankserver, wo die Daten drauf liegen. Und das hat sich halt sehr stark bewährt, dieses Konzept beim schrittweisen Aufbau des Exponats. Das ist ja ein Unikat und die Sachen sind halt so nach und nach entstanden und als halt die Tastatur noch nicht fertig war, haben wir halt stattdessen einfach einen Laptop mit einer Tastatursimulation dran gehängt und mussten es nachher nur einfach austauschen. Und auch zum Beispiel sind wir davon ausgegangen am Anfang, dass wir natürlich einen Dauerstrom in der Ausstellung haben. Gab es dann aber nicht. Das heißt, da wird abends einfach der Strom ausgeschaltet. Da kann man natürlich die Kleinrechner irgendwie vielleicht noch drauf vorbereiten, aber ein Datenbankserver mit Leser- und Schreibzugriffen halt nicht. Der darf nicht einfach den Strom abgeschaltet kriegen. Und durch diese Struktur war es ganz simpel. Dann wird einfach das Kabel ein bisschen länger gemacht. Der kommt in den Keller, hat da seinen Dauerstrom und das Konzept funktioniert trotzdem noch. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass wir das Ganze so modular aufgebaut haben. Ja, noch kurz was zur Software, bevor ich dann auch noch ein paar Bilder zeige. Also jede dieser Komponenten, dieser Raspberry, hat eine eigene Python-basierte Betriebssoftware. Die Kommunikation erfolgt über ein RPC-Protokoll, XML-RPC. Und das ist alles relativ simpel gehalten. Die Ausgabe auf den Monitoren erfolgt halt über ein Python-Modul Pi 3D, was halt die Hardwarebeschleunigung der Raspberries gut nimmt. Die Kamera, da gab es halt auch schon vordefinierte Module, die wir benutzen konnten. Und die GPIO-Pins bei der Kamera, die werden für den Auslöser zum Beispiel benutzt und zum Zuschalten der Beleuchtung. Da konnten wir sozusagen einfach in die Softwarekiste greifen und das relativ einfach implementieren. Bei der Tastatur gibt es halt einen Arduino-Mikrocontroller, der eigentlich die Signale der Tastatur auswertet. Das sind halt digitale und auch ein analoges Signal von dem Seitentransporterhebel. Und da gibt es dann auch noch einen Raspberry, die einfach nur die Brücke quasi zwischen dem Arduino und dem Netzwerk bildet. Eine Sache, die noch sehr hilfreich war, ist, dass gerade weil diese Raspberries nachher eben keinen Dauerstrom haben und wir das alles Read-Only machen mussten, habe ich mich dann entschieden, dass der Betriebscode die Software gar nicht auf den Dingern selber draufliegt, sondern dass die sich den einfach beim System starten mit so einem Bootstrap-Code einfach aus der Datenbank laden. Und das hat sich als super simpel in der Entwicklung auch erwiesen, weil man einfach ganz, ganz simpel ohne irgendwie Zugang zu der Hardware neue Software in die Datenbank laden konnte. Und wenn jetzt irgendwie ein Fehler gefunden wird, dann schicke ich einfach den Admins vom Museum eine E-Mail und mit einem Skript, was ich denen gegeben habe, tun die neue Software in die Datenbank und beim nächsten Start am nächsten Morgen hat das Exponat halt seine neue Software. Und das war viel einfacher als erwartet. Also wenn man sich mal die Codezeilen anguckt, dieser Bootstrap-Code, das sind halt irgendwie nur 35 Zeilen, war ich ganz erstaunt, wie leicht das eigentlich geht. Aber auch die anderen Komponenten sind sehr, sehr kompakt eigentlich. Es gibt noch einen Content-Editor, der ist somit am größten. Der ist einfach dafür da, dass das Museumspersonal die Datenbank auch pflegen kann und auch füllen kann. Das läuft halt nicht auf dem Exponat selber. Das sieht dann halt zum Beispiel so aus, damit kann man halt die Datenbank weiterverwalten. Ja, soviel zu dem ganzen Hintergrund. Jetzt vielleicht noch ein paar Bilder, wie denn das Fertige aussieht. Das Ganze ist halt eine große Stellwand integriert und man erkennt halt diese Elemente wieder. Und das gibt eben auch eine gute Beschreibung, die eigentlich auch eine gute Wiedererkennung mit der Illustration, mit der Original-Illustration bietet. Die Monitore sind relativ schlicht gehalten. Wir haben halt hier unten diese sechsstellige Adressanzeige und eine Anzeige, welche Seiten wir gerade da haben. Also eins von irgendwas und so. Und der primäre Monitor ist halt immer in schwarz und der sekundäre ist etwas ausgegraut, damit man das halt auch gut unterscheiden kann. Intern sehen die Monitore halt ein bisschen unaufgeräumter aus. Also man sieht hier unten das TFT-Display. Hier ist der LVDS-Controller und hier ist halt der Raspberry, der sozusagen diesen Monitor steuert. Und der Anschluss für so einen Monitor ist halt wirklich nur Stromanschluss und ein Ethernet-Kabel. Die Tastatur ist auch relativ schlicht gehalten. Wir haben halt da oben die Adress-Tasten, haben halt diese vier Funktionstasten hier und einen Direktsprung zum Index oder zum Manual, haben eine Umschaltung des primären Monitors und auch diesen Seitenscrollhebel, mit dem man sich halt durch das entsprechende Dokument bewegen kann. In dem Fall immer vom primären Monitor. Hier nochmal ein paar Details. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es gar nicht so einfach war, sozusagen eine Anmutung herzustellen, die irgendwie authentisch wirkt, auch wenn keiner weiß, wie das Ganze eigentlich aussehen könnte, was er sich damals, der Herr Busch, ausgedacht hat. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen, dass das sozusagen klassisch schlicht aussieht. Von unten ist es dann nicht ganz so aufgeräumt. Das ist die Tastatur von unten. Da sieht man die Verdrahtung der einzelnen Taster. Das Ganze ist so gemacht mit dem Arduino. Da gibt es so ein 64-Button-Shield, der halt eine 8x8-Taster-Matrix sozusagen kontrollieren kann. Hier sieht man diese Matrixstruktur schön von den Tastern. Hier sind jeweils noch Dioden eingelötet, damit wenn jemand mehrere Tasten gleichzeitig drückt, da nicht irgendwelche Geister-Tastendrücke entstehen. Das ist das Potentiometer von dem Seitentransporthebel. Ja, und das ist halt hier die Kamera. Die sieht eigentlich am schlichtesten aus. Das war aber lustigerweise etwas, was uns am meisten Kopfschmerzen mitgemacht hat, weil es gar nicht so einfach ist, wie wir dachten, ein Bild, also mit einer Kamera sozusagen, ein Dokument abzufotografieren, was gut ausgeleuchtet ist, ohne Reflektionen, ohne irgendwelche Störungen drin. Da gab es dann auch gewisse unterschiedliche Auffassungen darüber von den Ausstellungsgestaltern, was jetzt wichtiger sei, ob es schön aussieht oder gut funktioniert. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so einen kleinen Kompromiss draus gemacht. Ja, es gibt halt eigentlich nur einen Auslöse-Taster und dann kann das Ganze halt, wird halt ein Dokument oder eine handschriftliche Notiz, die ich draufgelegt habe, dann in die Datenbank aufgenommen. Und ich würde das, glaube ich, ganz gerne einmal kurz an einem Video noch zeigen. Das dauert fünf Minuten, wie man das Ganze jetzt bedienen kann. Und dann wäre ich danach eigentlich auch durch. Falls Bedarf ist, kann ich gerne diesen Mimix-Simulator auch nochmal vorführen. Oder ich kann auch gerne diesen Content-Editor nochmal vorführen. Aber das ist vielleicht sinnvoller dann im kleineren Kreis und nicht hier. Aber ich zeige jetzt erstmal kurz noch das Video. Ja, also wir haben halt hier die Monitore. Man kann sich auf dem, auf dem rechten ist gerade der Index geladen. Da sucht man sich halt entsprechend ein Dokument raus, tippt über die Tastatur den Code des Dokuments ein, den sechsstelligen Code. Und dann erscheint dieses Dokument hier auf dem primären Monitor. Und über den Seitentransporthebel kann ich mich da drin halt bewegen, vor und zurück in zwei Geschwindigkeitsstufen. Und wenn ich jetzt eine Stelle gefunden habe, wo ich sage, ah, interessant, da habe ich eine Assoziation dazu, da passt doch irgendwas anderes, das will ich zusammenfassen, gehe ich einfach auf den anderen Monitor. Ich habe jetzt umgeschaltet, suche mir wieder ein Dokument raus, was ich öffnen kann. kann dann zur entsprechenden Stelle gehen. Und wenn ich sage, ja genau, diese beiden Dinge haben für mich etwas miteinander zu tun, dann kann ich einen neuen Trail anlegen aus erstmal diesen beiden Seiten. Dann drücke ich die Taste New Trail. Und in dem Moment wird sozusagen die Seite hier, hier drauf gelegt. Und ich werde nach einem Namen für den Trail gefragt. In dem Fall ist das so eingerichtet, dass alles, was die Besucher machen, mit einem X vorne beginnt. Das erleichtert es, das irgendwann mal aufzuräumen. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich jetzt hier einen Trail, der besteht aus einem Deckblatt und den beiden Seiten, die ich jetzt gerade auf meinen Monitoren gehabt habe. Und jetzt kann ich natürlich noch weitersuchen, kann mir in dem Dokument oder in einem anderen noch weitere Stellen suchen, die ich dem Trail hinzufügen möchte. Drücke einfach Insert Page und dann wird entsprechend die Seite eingefügt oder angefügt an das Dokument. Und wenn ich dann das Gefühl habe, da möchte ich auch noch etwas hinzufügen, was ich jetzt vielleicht nicht in der Dokumentendatenbank habe, dann kann ich natürlich genauso auch noch handschriftliche Notizen oder zum Beispiel ein Buch nehmen, suche mir die entsprechende Seite. Jetzt wird hier gerade noch einmal kurz durch den Trail durchge... Dann nehme ich zum Beispiel ein Buch, lege das auf die Kamera, drücke einfach auf den Auslöser und dann ist das Ganze halt fotografiert, erscheint das auf dem Monitor und dann kann ich das genauso mit Insert Page da reinnehmen. Und so kann man halt die... diese persönliche Dokumentensammlung, wie sie halt Herr Busch beschrieben hat, kann man sie halt erweitern und pflegen und eben für sich verlinken. Und wenn ich dann fertig bin, kann ich meinen Trail auch noch in das Codebuch eintragen, damit ich auch noch weiß, wie der heißt, wenn ich das ein paar Tage später wieder rausfinden will und den wieder laden will. Ja, das ist so die Grundfunktion von dem Memex, wie wir ihn verstanden haben, wie wir ihn gebaut haben oder auch mit den Prioritäten, die wir gesetzt haben von den verschiedenen Ideen, die halt Herr Busch formuliert hat. Und wie gesagt, das steht jetzt im Technikmuseum in der neuen Ausstellung, das Netz und wartet drauf, benutzt zu werden. Das war es jetzt erstmal von mir. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.